Ich hatte heute morgen auf YouTube ein Video, ein Direktvideo aus Brüssel gepostet. Dort ist der Täter von Brüssel zu sehen bei seiner Untat, so muss man das bezeichnen. Die Bilder, der Film, das Video ist aufgenommen aus einem sehr, sehr großen Abstand. Es bleibt erschreckend, das gebe ich zu, denn Terroranschläge, nachgewiesenermaßen, sind immer erschreckend. Nun gibt es viele, viele andere erschreckende Dinge auf dem Internet, das weiß mittlerweile jeder Erwachsene und auch jedes Kind. Die Filmindustrie, Hollywood, Netflix, Amazon, Disney+, bieten Dinge für Kinder, die vor 20, 30 Jahren noch unter den Jugendschutz gefallen wären. Dies mit sexuellen Inhalten und einer Sexualisierung von Kindern, die absolut nicht mehr vertretbar ist. Dagegen kämpfe ich auch, ununterbrochen durch meine Vlogs gegen LGBTQ+, Lauf gegen die Laterne. Das sind alles Dinge, die eigentlich zensurwürdig wären, denn hier werden Kinder vollkommen verdorben und in eine Verwirrung geworfen, die übrigens beabsichtigt ist. Nun ist das Lustige an der ganzen Angelegenheit, dass speziell YouTube bei jedem Posten eines Inhalts durch einen Creator jedes Mal abfragt, ob dieser Inhalt für Kinder geeignet ist. Mein Kanal auf YouTube, ich empfehle ja immer, insbesondere TikTokern auch mal da vorbeizuschauen und ein Abo dazulassen, ist als politisch gemeldet. Das heißt, diese Inhalte werden automatisch durch YouTube und den Algorithmus unter Politik gepostet. Zusätzlich eben dieses Abfragen ist der Inhalt für Kinder geeignet. Das ist ein nerviger Vorgang, jedes Mal muss ich Nein drücken. Somit wird da niemand beschädigt. Der springende Punkt des Pudels Kern, so wie immer, ist, will YouTube hier wirklich Erwachsenen Bilder, die erträglich sind, nicht zugänglich machen? Eines Vorgangs in Brüssel, der Menschen erschüttern muss und der eigentlich nicht übermäßig zu Herzinfarkten führen wird? Das ist hierbei meine Frage. YouTube gibt in der Meldung, die niederländisch ist, da ich in dem flämischen Teil Belgiens noch lebe, gibt auch an, dass sie das mit einem Algorithmus tun, diese Beschränkung, auch diese Verwarnung. Also hier entscheidet ein IT-Gigant, eine soziale Plattform darüber, was du als Erwachsener aushalten kannst und was nicht. Während auf der anderen Seite eine Menge Leute unterwegs sind, die alle Sorten von Dingen verbreiten, die eigentlich staatsgefährdend sind, die eigentlich jugendgefährdend sind, die das Kindeswohl mehr als beschädigen können. Dahinter steckt Absicht, davon bin ich fest überzeugt. Dahinter steckt auch die EU-Kommission mit Ursula von der Lüge und ihrem unerträglichen Zensurgesetz. Dahinter steckt auch noch Heiko Maas, der in der Versenkung verschwunden ist. Dieser unerträgliche Mann mit seinem Netzdurchwirkungsgesetz. So ein typisch holpriger deutscher Name, wo sich selbst ein deutscher Mühe geben muss, sich nicht so wie Angela Baerbock zu versprechen. Das also zu Zensur, das also zu Verwarnungen. Auf TikTok findet man sie ja auch und Facebook. Darüber will ich gar nicht mehr sprechen, über dieses Fratzenbuch, das kein Mensch mehr überhaupt frequentieren sollte. Grüße, euer Thorsten. vem das Geisch. ne lege… vor sich ehem. Vielen Dank.